was war das was machst du da möchtest du das dass ich irgendwas jetzt nicht kuscheln oder ja schon neben mir dachte ich vielleicht was steht und vor allem was geht heute ein weiteres gda video mit mir und taube leiche merlin ist leider nicht dabei der war gestern dabei wir sind ein tolles team habe ich bemerkt es gab eine kleine katastrophe an der tankstelle habe ich mitgericht aber egal und wir hatten gestern wird einen heftigen verkauf bei mir in allen mcs clubs ja also kohle momentan 7,3 heute machen wir hunger edelsteine und schmuck das ist recht das ist recht angenehm fände ich da drinnen und im studio ich wollte aber in fact we're going to be given it if we can protect another outfit zack ähm friend nimmst du mal da hinten den hubschrauber den schwarzen wir müssen wieder die titan beschützen das heißt ich muss wieder diesen komischen düsenjäger nehmen und und du musst den buzzard nehmen und dann hin geiern und das auto da bin ich jetzt gespannt das mal hinkommen zumindest ist dann halt aufklauen halt du musst du musst du musst du musst du musst noch ein wenig höher freund viel höher ok dann lassen wir es mal knacken und friend bist schussbereit nein ich lasse das ich lasse das im sack das ist nicht meins und im 子 16 24 24 24 24 24 24 sauberer Kumpel ist da und Untertitelung des ZDF, 2020 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 fahr kleiner links kleiner links nach links auch vorliegen so jetzt geradeaus da gerade rechts ja da unten ist das irgendwo was man auf da steht mein hubschrauber wir fahren dann dazu mal im hubschrauber hinten über die kisten haben sie ist im blauen punkt hörst du mich hallo ja 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 jetzt gehen ja wollen die müssen jetzt wegpumpen und kisten exammelt und die kisten waren exammelt wo ist die kiste kommen dann zum hubschrauber wenn es der kiste hintenrum vielleicht irgendwo ok kommt zu mir kommt zu mir steigern 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 hier steig zu mir ein steig zu mir ein schnell unbedingt ist der hier hinter dir bei mir nach und nein hubschrauber wo bist du friend kommst du ich bin ich bin Boah, die Züge, hau ab! Das war gut. Ich will doch nochmal hin, ne? Ja, ja, einmal noch. Aber es war gut geregelt. Wow, wow. Und wir können ein Ei und bleiben da raus zum Hubschrauber, friend. Hm. Okay, der friend, ich sehe die Kiste, ist egal schon. Da neben am Flugzeug. Jo. Siehst du sie auch? Ja. Ja. Okay, ich lasse dich gleich runter. Ja, ich will auch schützen. Und runter. Und neigstiegen. Wow, 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 wow. Das wird nichts mehr? Was? Was? Okay. Wir probieren es nochmal. Das ist kritisch. Alles klar, alles klar. Wir bleiben alle ruhig. Ganz gut offen blieb. Wegen der Baum rasiert. Häh. Waw, 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 waw. Was will die haben denn sein? Was will die Menschen sagen? Shit, shit. Wahrscheinlich. Wie er gesagt hat, du bist meine Organisation, da geht sowas nicht. Gestern war echt geil und ich hab's nicht aufgenommen, ne? Ja, echt mal, du machst das auf. Hätt ich echt machen sollen, ne? Ja. Oha. Ja. Oha. Hast du das gehört? Ja, ich hab denkst du dir gleich. Oh, ach, der dreht sich voll komisch. Irgendwo Dorn sind kaputt. Der dreht sich voll komisch. Und wir sind unten. Der dreht sich voll komisch. Der dreht sich voll komisch. Was? Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht, Freund. Warum nicht? Ja, weil das dauert. Machst du was kacke? Wieso machen wir was so kacke? Ja, wir machen jetzt schon gleich, was Geld ergibt. Was? 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 Was ist denn der letzte noch nie überkommen? Was ist denn der noch nie überkommen, oder? Ja. Was? 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 Oha, da. Oha, da. Oha, ok. Vielleicht braucht er ein Weibchen. Rollt's bei mir rein, Kumpel? Ja, da. Ja, da. Ja, da. Da ist eine Leifig. Und die Hund und auf Dreh da durch ist. Hm, das kann schon möglich sein. So. Hey. 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 Okay, Eiks stiegen. Na, äh, setzt sich daneben hin. Komm, fahr mal. Na, steig aus. So, das setzt ihr nebenhin. Warum? Ja. Ich soll dir weg nicht fahren. Na, du darfst gleich fahren. Komm, bitte fahren. So, du Kumpel. Moment, ich guck grad, was wir machen können. Freund, wir müssen locker bleiben. Immer schäße zu bleiben. Jetzt fährt er mit dem Boot. A besser, a besser, Freund. A besser. So, starre Leiche. Weißt du, was wir jetzt hier eigentlich machen? Fahndung, überlebe am nächsten. Einen Fahndung, überlebe. Ja, aber warum wir jetzt das da halt machen, so mit dem Auto. Und über 30.000. Ja, weil... Und uns schnappt die Bullen nicht. Also die Zuschauer wissen es, weil da hab ich das auch schon mal gemacht. Da haben wir uns die Bullen nicht. Und deswegen... Hätte ich gesagt, hör mal auf mit dem Video. Das war's, oder? Und wir verstecken uns noch nicht mehr ein Lichter unten drunter. Also, ciao. Oder? Bis bald. Ciao.